Karten mit diesem Zeichen müssen Sie nicht mehr ins Lesegerät schieben, sondern nur noch für eine Sekunde daran halten. Sie hören einen doppelten Piepton zur Bestätigung. Bei Kleinbeträgen unter 40 Franken brauchen Sie keinen PIN mehr. Bei größeren Beträgen geben Sie wie gewohnt Ihre Geheimzahl ein. Cornercard-Kunden können übrigens auch mit dem Smartphone bequem kontaktlos bezahlen. Erkundigen Sie sich! Untertitelung des ZDF für funk, 2017